Guten Morgen Freunde. Sorry, ich sehe ein bisschen beschissen aus. Ich bin tatsächlich noch etwas angeschlagen, aber ich habe einfach Bock anzufahren und Lasi hat eingeladen und da kann ich einfach nicht widerstehen. Ole kommt auch. Ich bin ein bisschen früh da. Ich habe schon mal eine Abfahrt gemacht und sammle die Jungs jetzt ein. Schauen wir mal, ob sie pünktlich sind. Bis gleich. Ja, noch keiner da. 9.50 Uhr. Dann gehe ich nochmal ein Rundchen drehen. In der Kälte stehen habe ich jetzt keine Lust. Also, machen wir nochmal eine Miniabfahrt. 9.57 Uhr. Immer noch keiner da. Was für lame Boys ey. Mann, 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 Mann. So, den ersten haben wir eingesammelt. Wer kommt da? Willkommen auf meinen Hometrills. Ja, endlich mal. Frei. Na, der Großtag? Da, da ist er. Dieser E-Bike-Raudi hier wieder. Weißt du? Entschuldige, Gänseenden haben wir auch. Hallöchen. Na? Kommst du auch mal? Ich bin zu spät. Ist nicht schlimm. Schon 30 Trails gefahren. Weißt du, wie sein Rad aussieht. Ich habe ein Lüftungskid mit. Komm, machen wir eben. Müssen wir vielleicht draufpassen mit dem Ring, weißt du? Dass er ziehen kann und muss so richtig drücken. Vielleicht hätte ich einfach so fahren sollen. Drückst du? Ja. Oh ja, da kam schon ein Bläschen. Bläschen, Bläschen. Ja, geht. Kommt. Dann lade ich mal die Gumpo-Hüpfel um. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mit dem Trichter eine Bremse entlädst. Das ist ja wie, wenn du die Spritze hast und das Eckstück da rausziehst. Ja, aber da ist doch vor viel jetzt an Flüssen. Halt den Mund jetzt! Warte mal eben, ob ich den Stift mit habe. Shimano ist ja wirklich in allem. Wir sind hier einfach Premium. Da läuft nichts daneben, Junge. Zack. Komm, komm lieber, hilf mir hier. Warte, ich halte hier meine Hand runter, sonst geht die Schraube von. Ole, da vertraue ich auf dich. Der Ole ist Feuerwehrmann. Und weißt du, wenn du Feuerwehrmann werden willst, dann musst du Handwerker sein, weißt du? Weißt du? Das ist unglaublich, ich sag das ja nichts. Na, ich sag das nicht. Danke, muss ich sagen, vielen Dank, ja. Immer dieses Misstrauen, weißt du? Als ob wir ihm was wollen, weißt du? Nein. Ich weiß ja, dass ihr immer liebt seid. Wollt ihr recht herzlich schon mal? Gerne. Glaub, meine Uhr hat sich mit deinem Lego verbunden. Nein! Doch, ihr zeigt immer noch 100% und ich habe ausgehört. Okay, doch nicht. Warte, jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Hat einen Moment gebraucht. Das Beschleiß ist halt einfach dominant. Okay, Steps EMTB ist wieder vermuten, alles gut, war gerade nicht Steps angezeigt. So, heute hier in diesem Video sehen wir verschwitze Thermo-Shirts, sandige Trills, flohige Trills, nasse Trills, nasse Wurzeln, rutschige Wurzeln, schwere Anstiege, den ein oder anderen Drop, vielleicht auch den ein oder anderen Sprung und Mitch und Ole sind auch dabei, hier auf der neuen DJI Action 3, die sehr geile Aufnahmen macht, die du einfach so in der Hand nehmen kannst, an den Helm machen kannst, an die Brust machen kannst und so weiter und so fort. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ciao. warte! Nein! becoming im Guten, Daniel, ne Du kopen! Warte! ... o ha, warte. let me know you have! Hast du gesehen? Nein. Fahr durch, fahr durch, fahr durch, boah. Boah, hier nicht bremsen, Alter. Los, nicht bremsen. Alter? Ja, ja. Ich hab dich fast sterben sehen, da hab ich mal lieber angehalten. Ja, das war so schön. Ja, dann. So, ich tu es. Meine Brünne ist komplett geschlagen, ist alles. Boah. 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 Ja. Hä? Wurzelfilt des Todes unten. So, liebe Freunde, der Lars verkauft grad schon wieder einen Mondraker. Er versucht. Ne, wir sollen ja jetzt, ich hab ja auch gelesen in den Kommentaren, das heißt nicht Mondraker, das heißt ja Mondraker. Mondraker. Hä? Genau. Aber wir bei den Spielladen sagen Mondraker. Also englisch heißt es Mondraker, oder nicht? Ne, Mond gar nicht. Wenn dann schon Mond. Mondraker. Mondraker. Street und ja. Wie heißt das denn, du bist so ein richtiger Fanboy? Mondraker. Mondraker. So wie das die Jungs bei WhatsApp, kann man sagen. Mondraker. Mondraker. Weil das ist ja auch, ist ja Spanisch, wissen wir ja alle. Da wird das halt so ausgesprochen. Ich denke an LXS Schaltung, ne? Was macht man damit? Nach oben tippen. Hochschalten. Hier brauchst du die Schaltung. Ja gut. So. So wie Bremsen hacken. Kurze Einweisung in das Fahrrad. Raus sitzen. Spaß haben. So, ich fange jetzt hier in die Mitte um die Mitte. Ist aber weich, ey. Boah, das ist ja. Junge, du wirst dich wundern, wie geil der Hinterbau ist. Ehrlich. Der Hinterbau ist ein Traum. Vom Mondraker. Mondraker. Warte, bist du wahnsinnig? Mondraker. Mach mal was. Komm, Mensch. Pipitrail. Alter. Du hast schon wieder richtig rutscht vorne, ne? Ich? Nee? Ja? Nee. Nee. Alles gut. Wo muss ich denn hier drücken, hör mal? Oh, da komm. Nach oben. Okay? Ja. Wärm. Ja. Sägen. Dämmö. Bähä. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020